Musik Herzlich Willkommen im Wald. Heute haben wir eine kleine Rätselaufgabe für euch. Sammelt bei eurem nächsten Waldspaziergang ein paar Äste, Stöcke und legt daraus ein Dreieck mit zwei Stöcken. Viel Spaß beim Rätseln. Die Auflösung findet ihr morgen hier auf unserer Seite. Bis bald im Wald. Herzlich Willkommen im Wald. Hier kommt die Auflösung zum Rätsel. Ihr solltet im Wald Stöcke sammeln und daraus ein Dreieck mit zwei Stöcken legen. Hier seht ihr das Dreieck mit zwei Stöcken. Ich hoffe ihr hattet Freude und bis bald im Wald. Heute ist es eine Rätselaufgabe. Ich hoffe ihr hattet. Auflösung im Wald ist es Peter. Wir